Ich habe die schon immer wiedergegeben. Magistell. Nusslager. Nein, ein Trommel. Das sind ja die Computer. Die Firestorm-Dinger würde ich gerne alle haben. Die Dinger hier finde ich alle essig. Was ist das lila denn? Ich muss mir das Tutorial nochmal anschauen. Was ist das lila denn? Ich muss mir das mal durchlesen. Weil hier geht das ja anscheinend richtig ab. Oder mögen die die Sachen denn nicht? Und hier ist es ja beides. Oder ist das die Verkaufsrate? Was sind die verschiedenen Sachen? Weil die hier finde ich fast alle gut. Also für die ersten bis hier hinten würde ich glaube ich einkaufen. Sonst vielleicht noch die drei hier. Der Rest sieht mir so ein bisschen langmalig aus. Die teuren und ein paar billigere. Hier würde ich mir eigentlich gar keinen. Sonst hätte ich vielleicht noch hier. Die hier. Beziehungsweise die hier unten oder so. Aber sonst der Rest ist mir zu kacke. Jo, wir sind aber bei Mäuse. Firestorms sind die Dinger hier. Die hier wollte ich jetzt erstmal alle eigentlich haben. So. Nehmen wir erstmal die. Nehmen wir mal auch erstmal 15. Oh Gott, das ist teuer. So, was haben wir noch für eine Dinger? Wir haben die LED. Die Dinger von hier sind alle kacke. Das kostet 11.000. Für drei verschiedene Modus. Für drei. Drei. Vertrieben. Ich will dabei erstmal gerne ein bisschen viel drauf. Was machte bisher. Der Typ fehlt. Der Typ fehlt. Das ist jetzt so. So eine habe ich gefühlt auch nicht. Naja, nicht ganz. Ich weiß nicht, was ist das für eine Marke. Naja, die Marke hier unten geht mal. Ich weiß, wie es immer so. Ich habe nicht so eine Veranstaltung. Ja, Mann, ist wirklich. Ach, Quatsch, wirklich. Abgerundet und so. Und so ein Zeug. Pass aber noch alles rein. Jo. Schauen wir mal. Pack mal hier eine drauf. Und füllen das mal auf. Okay, es können 5 Mäusen besser. Jetzt testen wir mal das andere Ding noch. Ich finde das Ding hier, glaube ich, besser. Ja, hier ist keine. Ja. Ähm, sie... Fragen nach Computerausrüstung. Sehr interessiert. Computerausrüstung. Und die Freude ist aber zu niedrig für sie. Nee, da wollte ich das nicht. Warte, gehen ab. Dann machen wir hier so einen kleinen Mäusenstand. Mäusenstand, Alter. Bescheuert. Äh, Quatsch. Elektronik hier. Machen wir so einen kleinen Mäusenstand. Das passt auch nicht wie hoch. Die Dinger würde ich ja eigentlich gerne für Laptops, äh, für Computerausrüstung benutzen. Können wir eigentlich bis hier oben umgehen, ne? Bis hier. Bis hier. In dem Bereich. Vielleicht können wir noch hier umgehen, denn eins, zwei, dann haben wir vier, ein paar Mäuse. Weil die Dinger hier will ich garantiert nicht nehmen. Ich finde die Dinger zu hässlich. Die, den, für den Computer. Den hier für Mäuse. Und sonst vielleicht, diesen Tisch. Ist auch zu fett. Das gibt's nicht. Das ist wirklich so ein hässliches Ding hier daneben. Ich teste das Ding da aus. Okay, es hat auch nur drei Etagen. Zwei, eins. Ich finde das Ding gar nicht so scheiße. Zwei, zwei Dinger da nehmen. Und dann noch hier die Wand voll. Müssten das eigentlich so ein paar Mäuses sein. Sonst können wir hier noch, hier, jetzt klatschen wir mal auf der Computer ran. Mann, hier enthalten wir mal ausreihe. Okay, machen wir auch. Können wir das mal umsiedeln? Ne? Die ist mir? Kann man auch Konserven, kann man auch machen? Füll das mal hier voll. Am nächsten Mal. Und nicht mehr hier. Die eine Maus ist aber schon leer. Muss ja alle auf eine Seite gehen und dann ärgert sich einfach darüber, dass alle auf eine. Wir brauchen mehr Kassen. Das geht nicht so weiter. 32.000! Was? Das ist halt ein Rekord. 19.000 Umsatz. Naja, wir werden bestimmt gleich unter 10 wieder sein. Du kriegst vielleicht ein Rekord. Weil, ja. Genau. 8.000. Das ist jetzt nicht so viel. Achso, wir haben... Boah, ich bin ja verdammt. Ich hab mir noch nicht mal den Preis angepasst. Also, bei den Händen hab ich das gemacht. Alle auf 67. Ich weiß ja nicht, ob das so bleiben wird. Schuhe haben wir nichts, aber... Hier haben wir zum Beispiel welche, die viel teurer verkauften Hosen. 3,5. Also 3,6. Ja. Kurz mal die Preise angepasst. So, dann sind die auch durch. Los auf 210. Wow, guckt der darüber ebenfalls. Also unten haben wir alle, ne? Kurz, jetzt viel. Dann hab ich hier noch einen Ausreißer. 80, 160. Hier muss ein 4 hin. Du musst ein billiger. Hier muss ein 1 sind. Hier ebenfalls. Darüber. 5,4. Hier muss wieder billiger. Hier muss auch wieder teurer. Hier muss ein 5. Ja, noch konnten sie alles kaufen, ne? Nach dem gleichen Preis. Jetzt ist es aber mein Preis. Achso, und so. Und die Community, die nicht existiert, weil wir... Und ich mache 1.000 auch. Und so. So. Ich hoffe, ich hab jetzt alle. 4,967. So. Egal. Wir gucken jetzt mal die Elektronik. Ja, ach. Wir kriegen ja noch nicht mal die Hälfte. Es ist kein Wunder, dass die Dinger so billig sind. 200. Das sind 750 Dollar, wenn wir kriegen, Alter. Das sind doch super Mäuse. Die sind doch richtig teuer. Und zwar die PC ist ja gekauft. Wenn das jetzt nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn da kein Umsatz rauskommt. Wenn er mal wirklich eine kauft, dann muss er schon über 1.000 bezahlen. Wenn da noch mehr Sachen kommen. Das werden wir mal beobachten. Jetzt eine Runde. Wenn die Wachen angekommen sind. Ausbreiten. Das ist 8 Wachen. Dann werden wir auf jeden Fall ausbeschneiden jetzt. Das sind 3,8. 10 vor. Ja, wow. Überachung jetzt, oder? Äh. Ja. Überachung. 100. Und los. Mal gucken, ob die Sachen in irgendjemand kommt. Ich weiß nicht, wo eine Seite einer steht nur, aber naja. Der sagt zu teuer. Okay, er hat schon mal aufgefüllt. Und er hat sich eine gegönnt. Gönnt er sich auch eine, ohne zu fragen? Ja, er gönnt sich... Nee, er hat sich gar keine gegönnt. Ja, er hat auf die Angst er denkt, aber. Ist er gerade wirklich rausgegangen? Geld und Maus im Augenball. Mehr kommt hier über 1.000 Mal. Da, er hat sich eine Maus gekannt. Garantiert. Da, sie auch. Die Dinger sind anscheinend immer noch was wert. Und das um mehr Geld? Da, nee. Der hat mehrere Sachen gekauft. Manchmal nur eine Sache, manchmal nur zwei. 1.740! Durch einen Kunden. Durch einen. Rekordalter. Das kremen wir noch auf 2.000 mindestens hoch. Nachher. Ich glaube, ein Rechner wird schon über 3.000 kosten. Da hat sich immer wieder eine Maus gekannt. Weil so genau... Da wieder. Oder die können sie einfach nur Sachen, aber ich glaube, es kann noch mal so sein. Aber hier ist richtig viel gefragt jetzt. Wo zwei davon wurden gut gestimmt. Junge, das wird heute ein Umsatz. Aber wir brauchen mehr Kassen. Mindestens eine noch. Ich kann eine herstellen und mich selber da ranstellen. Komm. Ihr müsst die bei den Computerausrüstungen immer als erstes. Haben wir das da? Okay. Kauft bitte noch eine. Habe ich sie an der Gegend jetzt? Nein! Jetzt konnte er sie nicht bezahlen! Das ist so kacke immer. Boah, Miete und Lohn. Und wir lagen wieder bei 30.000. 20.000 Umsatz. Ja, das Gebäude wird jetzt auch nicht mehr billiger. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit dem Gebäude. Ich habe es nicht verknüpft. 15 Uhr. Nein, ich habe ihn eigentlich gar nicht. Okay, das hier wird jetzt auch nicht mehr unter 10 gefüllt. Aber wir haben 12.000 Umsatz. Das ist relativ, finde ich, normal. 10.000 Umsatz. 8.000 Umsatz. 9.000 Umsatz. Jed Partner von 18.000 Umsatz.